Hey und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge ARK Survival Evolved und ja So und wie man hier sieht ich weiß nicht ob man es merkt aber ok wir sind wieder auf einer anderen Map aber das wird also nochmal habe ich keinen bock nur zu starten aber naja wir haben ungefähr das selbe Zeug wie bei der letzten Folge jetzt extra gemacht ich weiß nicht welches Level ich war aber ich bin jetzt Level 11 wir waren davor bei der Level 13 oder so ja egal und jetzt im ganz ersten mal ich Level 14 und in der letzten Folge ist er dann abgestürzt und da hatte ich eines vor und das mache ich jetzt so Dodi ich habe ihn Dodi genannt nicht Dodo ich glaube letztens habe ich ihn Dodo genannt rein mit dir einfach nur rein mit dir nein der packt fest so und jetzt zu rein mit dir Dodi sorry Dodi Dodi warte nicht folgen nein der hat selbst will ihr mich verarschen Steven Steven der hat sich selbst raus geholt guck mal warte bleib mal stehen warte wir können es doch ganz einfach machen guck mal guck mal geh mal wieder weg schau mal geh mal wieder weg ja ich halte ihn an oh nein 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 aus Versehen aus Versehen so bleibt drehen reicht der ist schon fest passt jetzt habe ich ein Problem ich muss mal wieder essen und mein Knochen ist wieder mal gebrochen kennt man ja kennt man ja kennt man ja schon oh ich habe verdorbenes Fleisch tu das mal bitte in eine Kiste rein in welche ich glaube wir haben ungefähr dasselbe zeug wie beim letzten mal bloß wir sind hier ein bisschen mehr am Wasser und eigentlich wir sind wieder am Strand ja was macht einer guck mal wie der hoch geht hä was hä und du hast ihn sorry genannt Steven ja wegen dem Dino von dir Dodo oh ich bin tot ich habe jetzt einen Dodi aber soll ich mir noch einen Dodo holen ähm kannst du vielleicht mal kurz in meine Richtung kommen ja denn du hast die Tür von unserem von unserer Base raus geht rechts also das ist jetzt ein bisschen uncool wir haben wir spielen jetzt auf einer ja auf keinen Server sondern auf dem eigenen Map halt sozusagen und ja und ich kann nur 255 Blöcke entfernt sein wie er ja und dann ist immer da so eine kleine Barriere wo ich mich durch kann und immer zurück reportiert werde und jetzt immer wenn ich woanders bin ich muss mich eher mit ja und wo bist du jetzt ich ich bin da einfach geradeaus weiter ja wie der Weib ist tot wie der Weib ist tot oh nein der Parasau sorry war das scho- sorry ja scheiße scheiße und mein Ding ist weg sorry wir müssen jetzt sorry irgendwie ehren sollen wir uns nen Grabstein freischalten wir müssen uns echt mal Grabsteine holen ich werde mich rächen ich werde mich rächen für du du müsste auch rächen ich bin ohne nichts drauf gegangen wie das Edi geht er weg das hat das so witzig aus ja Aua Edi ich werde sterben ich werde sterben Edi deswegen gehst du ja auch nicht geh doch weg ich bin doch weg ich hab keine Steine mehr nein ich rette dich Steven oh nein ich werde echt sterben noch Steine wärst du nicht gekommen weil ich war echt gestorben ja ist doch gut guck und du sagst geh weg weil ich in die Kamer gerannt bin kommst du ah es rennt weg weil es low ist es rennt weg weil es low ist ach deswegen drauf oh ich bin auch gelockt komm bitte jetzt nicht her weil Edi geh nicht hin geh nicht hin geh nicht hin es ist bewusstlos ja hey ist es ein Ei ich hab ein Ei Dodo Ei nice das lohnt sich nicht Edi das lohnt sich nicht können wir keine Spiegeleier machen kann man hier essen äh weiß ich nicht hab ich nie gemacht hab ich nie gemacht ich hab auch nie gegessen und gestorben ne herr mir geht es wieder top nicht in die Richtung sie mir geht es wieder top ich sperre mich ein mit meinen Dodo kann da auch Eier legen eigentlich ja aber du brauchst du für eine Klimaanlage zuerst damit du die Eier legen kannst damit du die Eier legen kannst nein nein für die Eier ne nicht dass ich Todes züchte ich mein dass ich die erste ich meine dass ich die erste ich meine dass ich die erste ich meine dass ich die erste ich werde noch stehen bist du voll ne bin ich nicht ich bin so gut wie tot ich bin gleich tot ein Schuss und ich bin tot ich werde wahrscheinlich sterben bist du voll bist du voll dann schießt du mich an bist du mich verarscht ich werde sterben ich werde eh sterben ich habe keine Überlebensshots der Balken ist so klein fuck also vielen dank fürs zuschauen hoffentlich sieht man sich wieder und ciao